Ladies, als führende Expertin von Sonnensavanne für alles, was mit Haaren zu tun hat, verspreche ich, dass diese Stirnbänder das perfekte Accessoire für das Sonnensavanne-Schimmerspektakel sein werden. Ja! Hallo zusammen! Hi! Gut, dass ihr hier seid. Rev und ich haben eine Überraschung für euch. Ich liebe Überraschungen. Hey Lacey, weißt du noch, als du letztes Jahr im Labyrinth den magischen Zauberspiegel gefunden hast, der einen mit den verschiedensten Frisuren zeigt? Machst du Witze? Dieser Spiegel war echt toll! Manzi, schau mal! Dieser Spiegel hat wirklich mein Leben verändert. Aber dann stellte sich raus, dass er nur eine Fata Morgana war. Und nach dem Labyrinth war der Spiegel verschwunden. Das dachte ich auch zuerst, bis zum heutigen Tag. Tada! Der Spiegel! Rev hat ihn im magischen Glitzergarten gefunden. Was? Das gibt's ja nicht. Vielen Dank, Rev. Danke schön. Moment mal, ich hab eine Idee. Denke ich gerade genau dasselbe, was du denkst, Lacey? Wenn du denkst, dass ich denke, dass wir mit diesem Spiegel den perfekten Farbton für den Wettbewerb für den magischsten Haarglanz beim Sonn-Savann-Schimmer-Spektakel finden werden, dann ja! Ich hab grad an Cupcakes gedacht. Aber deine Idee ist auch nicht schlecht. Ja! Das war eine großartige Idee. Okay, Moment noch, Moment noch und... Perfekt! Welche Farbe ist es? Lila! Aber, Vanessa, deine Haare sind doch schon lila. Ich weiß. Also ist lila bestimmt die richtige Farbe. Ich schlage daher vor, wir nehmen für den Wettbewerb alle lila. Auf keinen Fall! Lila? Das ist lächerlich! Es kann nicht lila sein. Wenn wir gewinnen wollen, dann muss jeder wissen, was die richtige Farbe ist. Lila! Oh, oh! Hey, versuchen wir mal pink. Gib mir den Spiegel, ich zeig's dir. Aber ich will doch gar keinen pink. Aber darum geht es doch, dass du die Haarfarbe wechselst. Aber ich will doch überhaupt nicht meine Haarfarbe wechseln. Doch, das muss sein! Gib ihm her! Hey, Leute! Lacey, was soll das? Zurück! Hört auf! Halt! Ihr macht den Loppen kaputt! Oh, oh! 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 Wow! Moment! Hey, wartet mal! Denke ich gerade genau dasselbe, was ihr gerade denkt? Es gibt keine richtige Farbe! Cupcakes! Wieso kann ich nicht aufhören, an Cupcakes zu denken? Vanessa, tut mir leid, dass ich dir den Spiegel wegnehmen wollte. Und mir tut's leid, dass ich nicht offen genug war, neue Dinge auszuprobieren. Manchmal ist es schwer, den richtigen Weg zu finden, um sich auszudrücken. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg, aber das macht uns einzigartig. So viel dazu, dass wir den Wettbewerb um das magischste Haarglitzern gewinnen wollten. Moment! Einen Versuch will ich noch machen. Echt cool! Oh! Wir haben einen Gewinner! Ich kann unsere Pyjama-Party heute Abend kaum erwarten. Ich liebe Pyjama-Partys! Habt ihr die Bilder gesehen, die Sadie für den magischen Haarglitzer-Wettbewerb gepostet hat? Sie sehen aus wie Rockstars! Hat hier jemand Rockstar gesagt? Sage, du hast es geschafft! Sage, ich liebe deine Musik! Krieg ich ein Autogramm? Sage, das sind Gabriella, Griselda und Camilla. Ey, das hört mich sehr. Wir sind so froh, dass du auf unserem Schimmerspektakel auftrittst. Das wird der absolute Hammer! Und wenn du was brauchst, sag's uns einfach! Klar, ich würde gern den Rest der Band kennenlernen. Äh, den Rest der Band? Wir haben ehrlich gesagt keine Band. Keine Band? Aber ohne Band kann ich nicht spielen. Oh-oh! Bei einem Festival, bei dem es darum geht, sich auszudrücken, darf Musik nicht fehlen. Hm, nun, und wenn wir deine Band sind? Oh ja, aber wir haben doch gar keine Musikinstrumente. Außer unseren Stimmen. Oder, Flapp? Da-da-da-da-da! Da-da-da! Äh, ja, vielleicht. Oh, wie peinlich. Hey, wartet mal. Wir sind doch in Sonnensavanne, oder? Und? Ein Ort, an dem, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Ja, so ist es. Mit ein wenig Inspiration und kreativen Ideen können wir vielleicht alle Instrumente, die wir brauchen, hier finden. Ach ja? Ach ja? Das dort könnte doch ein Instrument sein. Ich glaube, jetzt weiß ich, was du meinst. Was ist damit? Seht! Wow! Wow! Spielen wir zusammen! Wenn ich nur wüsste, wie! Wow! Ein verzaubertes Keyboard! Cool! Wow! Ab geht's! Yeah! Super! Äh, zu viel? Okay. Ganz ruhig, Brauner. Jetzt brauchen wir erstmal einen Song. Äh, vielleicht können wir einen schreiben. Ja! Und wir bitten den Rest der Mädchen, sich einen Tanz auszudenken. Dann habt ihr den Auftritt eures Lebens. Gut gesagt, Caper. Na dann, machen wir uns bereit, die Welt zu inspirieren. Fünf, sechs, sieben, acht! Jaha! 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 Oh, das klingt wie schlecht. Okay, schauen Sie uns. Vielleicht müssen wir noch etwas hüllen. Oh!